Wir gehen jetzt in die türkische Grenze. Hallo, Kollege. Vorsicht, Papa. Und im Moment sind wir noch in der griechischen Seite. Richtig. Aber da ist, da vorne ist schon die Grenze, bei Interranze. Wir warten hier. Das sind die Polizisten von der griechischen Seite und ungefähr 10 Meter später kommen die zurück. Na, ein bisschen mehr. Okay, dann 15, 20 Meter. Ja, hier. Und im Moment warten wir auf unsere Reisegruppe, damit wir alle zusammen dahin gehen. In der drüben, die wir hier. Und, da ist da nicht nur ein bisschen mehr, wird es da noch in der Nähe, ist das jetzt noch in der Nähe. Und in der Nähe 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 des Neuen, die wir haben. Da ist der Berthold von Köln-Bonner-Flohkasten, aber ist nicht bei uns in der Gruppe, Gott sei Dank. Seht ihr die Ähnlichkeit? Jeder Bist nach Gast. Soll war's. Als терmähnlich. Als treme. Als treme. Guck mal, da hinten ist ein Militärposten mit Maschinengewehr und alles drum und dran. Und hier wird in Englisch, Griechisch und Türkisch ausgezeichnet. Siehe da, No Smoking oder Tutu Ikem Yasatir oder keine Ahnung, kann ich nicht schließen. Sorry, No Volunteer in der Polizei. Oh, sorry. You can't make any pictures you like except the police. Sorry. Signore me. Was wollte ich jetzt? Du bist schuld.